trailer park low rates no pets leasing und keines filmpull mehr sieht auch sehr luxuriös alles aus auf jeden fall hier kommt noch 3 richtig stimmung hier ist doch nur schon wieder zigaretten oder so hier für den penner brauchen wieder schnapps wenn du schnapps findest dann sagt okay ist auch gar nicht merkwürdig wenn da mitten im gespräch jemand vorbeirennt der vögel doch jemals läuft stört die doch nicht Keine Ahnung, was ist passiert? Was willst du? Cletus, komm her! Ich bin gekommen, Sugar, calm down! Ich bin kalt, meine Babypots! Okay, okay, du musst dich gehen! Guck mal bei mir! Oder wie die Beine da waren bei ihr! Ja, ja, ich hab's gesehen! Vielleicht soll ich sie erzählen. Entschuldigung, eine kurze Frage. Hör auf! Was ist das? Ja, ich kann das sehen. Aber ich frage mich, ob du eine 30-Jährige Frau mit einem Kind gesehen hast. Hey, hast du ihn gefunden? Ja. Du wieser Sack! Schön! Das guck ich mir an. Ich sehe sie jeden Tag. Oh, ja? Wo ist sie? Wieso wirst du nicht wissen, wo deine liebliche Frau ist? Hey! So, ähm... Hier, der hat mir irgendeine Info gegeben. Die Straße... Am Ende der Straße, bis ans Ende, genau. Guck mal her! Boah, das... das tut weh, glaube ich. Hi there! Hey! You interested? Hey! Hey, what's up? Alright, go ahead! Thank you! Can I take a swing? Yep, go ahead! Thanks! Okay! Yeah! Nice! Ah, verdammt! Yeah! 131 Meter! Nice! Ah, voll geil! ach verdammt wo die bälle wohl hinfliegen auf der Autobahn bevor er seinen Masse entfallen wie wieder nur spielen komm wir tauschen mal ja so hier du gehst danke kann ich noch mal machen? sicherlich, hier danke so, was muss ich machen? ah, ok das ist auf jeden Fall besser als ich ja du hast mehr punkte du hast mehr punkte ich wollte gucken ob man das aufladen kann den schuss dass er stärker schlägt das ist der erste verfehlt zweiten gut ich habe es er ist gar nicht wie die ja bist du im Huf heißen werfen besser das stimmt aber ich weiß gar nicht wie die pumpe zusammen kommen weil du hast doch jetzt schon mehr getroffen also ich glaube ähm den hat sich jetzt weiter getroffen ich glaube äh Entfernung oder so ich glaube das ist der weiteste den wir schlagen achso Ich glaube, das geht nicht darum, wie viel wir treffen, sondern es geht einfach darum, den weitesten zu treffen. Warte mal. Achso, ich wollte gerade mal gucken. Ja, ich glaube, das sind die Meter. Ja, das macht Sinn. Auf alle, wie viele Bälle haben die denn hier? Ja, ich habe dich getroffen. So, ich glaube, bevor du mich jetzt noch schlägst, suchen wir mal weiter nach der Family, oder? Oh, der ging voll in deine Richtung. Oh, der war gut. Ah, schade. Hast du mehr Glück gehabt, das jetzt? Okay, dann lassen wir das. Oh, der kam gut. Der kam richtig gut. Ich dachte jetzt auch, der schlägt mich auf jeden Fall. 179? Nicht schlecht. So, Ende der Straße, meinten die. Ja, aber ich weiß nicht, welches Ende der Straße. Boah, hier kann man wieder nageln. Ich glaube, dieses Ende ist gemeint. Hey, ich sehe mein Kind da oben. Okay, ich komme. Ich glaube, wir kriegen da gleich ein bisschen Stress noch. Das befürchte ich auch. Vincent, hilf mir raus. Ich brauche Hilfe hier. Wo bist du noch? Unten. Also einfach durch die Garage durch, links. Durch die Werkstatt durch und dann Treppe runter. Hey, Linda. Hey, Linda. Entschuldigung, ich musste mal kurz mein Handy dringend an Strom machen, weil ich den wichtigen Anruf erwarte. Jo. Ja, sicher. Tschüss. Also ich als guter Polizeofficer würde die Alte jetzt observieren lassen. Als Ermittler. Wäre das Schlauste auf jeden Fall. Oh. Bist du gut? Natürlich sind wir. Bist du okay? Ja, ja, ich bin okay. Gut. Hey, Alex. Schau, wer ist hier? Alex! Hey, buddy. Hey, buddy. Oh. Oh. No job ich habe ein bisschen spaß mit linda und du rätst mit dem so dieser schweinehund so dann gehen wir mal in die gute stube Das ist ein sehr schönes Fahrrad Danke Also, wie lange hast du Leo kennengeler? Ein Zeitpunkt, glaube ich Hm Kann ich dir helfen mit etwas? Eigentlich dachte ich, dass ich dir eine Hand geben kann Nein, ich bin gut, danke Alright, ähm, just let me know if you need anything You know, I've worked on a few of these before Hey, Alex Leave me alone Jetzt haut er aus dem Fenster ab, Alter, was ist denn los? Schnapp ihn dir! Hau ihn auf den Boden! Hm, keine Chance Jetzt spielen wir noch eine Runde Dart Ich glaub, was ich gesagt, warte! Was ich mit dem, was ich mit dem Film fight für dich mehr, was ich mit dem Film-Maschen nicht Ich bin nicht auf den Kopf gewesen, oder? Ich bin jetzt nicht auf den Kopf. Ich bin jetzt auf den Kopf eingeladen Ich bin nicht auf den Kopf Hey, ich kann meine Hilfe nutzen? Kannst du dazu helfen? Kannst du etwas für mich bekommen? Hey, geh weg. Das ist ja echt schon mehr Punkte als ich. Hä, da bin ich gut. Da bin ich gut. So, ab zum Baumhaus. Ich sag ja, ich schraub ein bisschen nach deiner Alten rum. Wortwörtlich. Aha. Was ist das? Hey, schau, dein Sein ist gebrochen. Warum nicht, du kommst runter und hilf mir, das zu fixen. Ja. So, du bist wieder dran. Nein? Ich bin der Beste. Okay. Kleiner Tipp, die Mitte bringt mich am meisten. Ich weiß. Triple 20. Genau. Ich glaube, ich werde einen Hammer brauchen. Oh, das Sein ist schön. Oh, das ist so schön. Alex, du sollst runter und sie sehen. Oh, das ist so schön. Oh, das ist so schön. Oh, das ist so schön. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich so sehr. Kinder können den Eltern nie lange sauer sein. Sind Sie bereit? Oh, wir sind bereit. Los geht's. Okay. Äh, was? Hey, pass ihn mit mir. Wer spielt eigentlich mit wem und was? Perfekt. Hier, nimm. Das leckt so ein bisschen rum. Ich hab' einen Balkon erfangen. Vincent, pass den Ball! Hä? Hast du gesehen? Ja, das leckt mega rum. Wie wirft man? Dank. Hä? Mega Dank. Kind wird einfach ignoriert. Wird umgerempelt. Vincent, pass den Ball! Wie wirfst du denn? Mit Leertasse. Achso. Ja gut, komm, wir spielen mit dem Kleinen. Alex helfen. Komm, ich erfüllen. Ich bin sein Vater. Weißt du das? Bist sicher? Ja, ich habe gewonnen. Sieh'n mir ja ähnlich, der hat ja so eine Hakenfress-Nase. Guck mal, siehst du? Ja, aber ein Fotzen-Bad hat er auch nicht. Ja, noch nicht. Warte mal ab, bis er... Ja, okay. Okay. Ihr natürlicher Talent. Wie viel besser, als wir uns. Ich werde die Schönheit sein. Hey, wunderschöne. Was würdest du dir sehen? Ihr wollt doch nur poppen, ey. Und ich spiel so lange mit deinem Sohn. Ja, natürlich. Alex, hier geht's. Jetzt wird erst mal ein Nagel versenkt. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Nagel. Genau. Mit der Nase. Ich muss doch was kompensieren. Du weißt, an der Nase seines Mannes erkennt man den Johannes. Ja? So krumm und schief wie deine ist. Ja, aber auch so groß wie sie ist. Ah, glaub ich nicht. Ich glaub, sie haben es gebildet. Ich glaub, sie spielt eine wichtige Rolle. Linda, hast du eine Idee, wo er ist? Ray? Was willst du mit dem Arschluss? Ich muss ihn finden. Ich bin sicher, dass er weiß, wo Harvey heimt. Hast du ihn seitdem gesehen? Ja. Er arbeitet an diesem neuen Konstruktion-Site in der Stadt. Okay, gut. Ich brauche dich, um das Land zu verlassen, bis ich zurückgekommen bin. Nichts worrycheinander, ich will es sich um. Du hast nur sicher, dass du sicher zurückgekommen bist, okay? Ja. Nein, nicht nur ja, mich zurückgekommen. Geh zurück, weil ich dich schreitze. Okay, ich versuche es. By the way, hast du noch das Stück? Ich habe es. Warte. Gib mir eine Knarre. Hier, das ist das Stück? Ne, das ist das Stück. Die ist das Stück. Hier geht's. Ich will eine Knarre. Ich werde es erst einmal reinigen und erst einmal das Magazin überprüfen, solange wie die da gelegen hat. Wahrscheinlich. Gerade das Magazin macht immer Probleme. Weil die Väter irgendwann ausleiert. Jetzt komm, gib mir einen Hack. Gib mir einen Hack. Gib mir einen Hack. Geh jetzt auf deine Mutter. Okay.